Ein unglaubliches Rennen findet dort statt. Ein Hase und ein Eichhörnchen starten ein Rennen. Wer wird wohl gewinnen? Das ist die Frage. Jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an den anderen Reporter Henning. Hallo aus der ausverkauften Arena. Eichhörnchen liegt in Führung. Hase kommt hinterher. Hase kommt fast in Führung, aber Eichhörnchen ist schneller. Hase liegt jetzt in Führung, aber Eichhörnchen macht einen kleinen Schubser. Und Eichhörnchen gewinnt! Goal! Eichhörnchen!